war schon sommer oder wo sie was ist jetzt genau oh gott wird karmes heiß 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 wo bleibt denn jetzt eigentlich hier die letzte die letzte mitspielerin ich komme schon ich komme schon ach ja die frische die frische es ist ja es ist ja ewig her als wir das letzte mal gespielt haben es ist ja eine million jahre her ungefähr oh gott da war trump noch nicht präsident da war trump nicht präsident ich hätte die knödel essen sollen aber es ist schon relativ warm wieder genau also im sommer soll es ja waldbrände geben und da braucht man habe ich offline also auf game quasi gelesen dass man da so ein teil bauen kann aber wo ist denn das weibeln man kann da so ein teil bauen was automatisch feuer ausmacht sollte es zu einem waldbrand kommen krass wie stark bist du warum ist der schirm weg und wir müssen so ein kühlfeuer bauen ja genau oh ja unbedingt wollen wir vielleicht eins von den kühlschränken zu hämmern so dass wir die etwas weiter auseinander bauen ja das können wir machen soll ich das tun ja ich habe hier ein stinger ist das cool hier sind noch ganz viele sachen drin guckt mal hier ist auch etwas verrottet habt ihr habt ihr noch hunger hier ist es mal den oberen kühlschrank leer oh scheiß wir brauchen wir brauchen wir brauchen ganz satt okay welchen kühlschrank du räumst ja gerade um also den oberen werde ich dann zerstören ich gehe also ich jetzt also als beziehungsweise kriegt man dann alle teile wieder wenn man das kaputt macht ja ich glaube schon oder glaubt nicht wir hatten ja zum teil weiß ich zumindest mal kriegt man diese räder da ich gehe jetzt mal ganz kurz nachschauen ach ja oh gott diese kackpflanzen hier oben Leute wird das schon warm oh gott das wird wahnsinnig warm oh gott oh gott ähm ich 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 werde jetzt mal gucken gehen ob ich irgendwo Eis finde das wollte ich sagen wir brauchen auch wieder einen Regenschirm ne oh gott ich habe vergessen wie man spielt wie nass seid ihr denn was ist das ich habe ein was ich habe ein pick up stays loggy leafy meat was ist davon habe ich was oh gott ich habe hunger sag mal bin ich bescheuert du bist schon wieder ohne jacke raus vielen Dank bitte ich gehe nochmal nach Hause boah Leute ich habe ganz viel tolles essen gefunden aber ich wollte eigentlich Blumen finden ich habe alles falsch gemacht schonmal ist das schon immer nicht schlecht also damit kann man arbeiten das ist ja nicht oh hier sind geier muss ich vor den geiern angst haben ne ne man muss ja auch wagen ach hast du in der wüste hast du da äh dingens gefunden Eis ja hier in dieser steinwüste oh was ist jetzt was ist mit mir oh gott wir brauchen 15 eisen wie kamen wir denn schon was ist denn dieser biene verkehrt also ich habe 5 eis wofür brauchen wir denn das ganze Eis nochmal ähm um dieses teil zu machen damit wir äh damit wir falls ein feuer entsteht im im sommer alter diese baumhörten ähm dass das das ist ja nichts schlimmes jetzt habe ich 7 eis das ist automatisch leute ich habe sachen gefunden davon träumt ihr was träumt spider glänz und webs und so äh oh sehr gut was sind so steine wo so ein loch drin ist und Stroh raus guck sind da Munster drin Marcel ja da ist ein stein da ist ein loch drin da guckt Stroh raus das sieht aus wie so ein tierbau ist der gefährlich steine oh ich hab ich weiß nicht ich klopp da mal gegen fuck was ist es naja ja ich hab den den tallbird hier irgendwie überall ein bisschen aufgeschreckt oh god dieser scheiß tallbird ich will doch nur das Eis haben bleib doch mit deinem scheiß Ei oder er hat das already dieser blöde 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 vogel oh da sind ja schon wieder so Froschenkel ey ich glaube so krasse Sachen mit uns oh god ich bring den gleich um warum ist der denn so wütend auf mich ich hab sein Ei doch gar nicht ah hahahaha ich hab sein Ei ich hab sein Ei haha WITH THIS scheiße naja gut dann ist es aber auch vorbei wir können uns ständig wiederbeleben Wusstet ihr das Oh Gott, der Tallbird! Bist du des Wahnsinns? Warum? Warte, 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 meine Melonhut. Ja, ich gehe nicht an deinen Melonhut. Nein, aber ich muss... Das kriegt der Tallbird fett aufs Maul. Okay, jetzt machst du ihn kaputt da oben, ja? Naja, der kloppt sich da gerade mit den ganzen... Oh Gott. Oh, fuck! Ach, die Dinger greifen mich an. Wer sind die Dinger? Der Tallbird lebt doch, Mann, oh. Ah, nee, sind aber zurück. Vorsicht, da sind Sachen aus der Kiste gefallen. Oh Gott, ich werde völlig veransinnig gerade. Wir müssen nicht die Schmetterlingsflügel auch eigentlich... Oh Gott, wir haben voll viele Spiderwebs. Machen wir die Spiderwebs hier unten rein, warte. Ja, mach du das. Weil da haben wir nämlich... Oh, ist das genial, wir haben sechs Spiderwebs. Was sagt ihr denn dazu? Das ist ganz schlimm. Ich sterbe gleich. Dann mache ich die Glänze auch da rein. Oh, was ist denn mit meinem Melonhut? Naja, ist denn es auch egal. Nee, der fliegt da rum. Ich habe den aus Versehen kurz aufgesetzt. Sicher nicht so schlimm. Nein, oh Gott, kann man jemand dicht machen? Schnell! Ja, ich mache... Ich mache... Weg da vom Feuer. Oh Gott, aber man muss das denn auch schon wieder so extrem dramatisch sein. Das ist schon wieder so ein Mini-Feuer. Ja, ich habe... Scheiße, verdammt. Ich habe die Kohle nicht mehr. Ja, so ist es schön, danke. Stress. Ich bin verrückt, also ich bin frei von... Mir kann man die Schuld nicht geben. Ich bin verrückt, offiziell. Ja, ich bin jetzt aber auch gleich verrückt. Oh, das ist schön. Kannst du mir dann deinen Hammer geben, damit ich den Kühlschrank kaputt machen kann? Warte, 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 warte. Äh, wo ist er? Ich sehe nicht. Äh, in deiner Hand. Achso, ja, ich bin dumm. Wo ist denn jetzt dieser Hammer? Ich habe ihn dir gegeben. Er ist in deinem Inventar. Haben wir noch irgendwo einen grünen Pilz? Nein, er ist leider nicht in meinem Inventar. Möglicherweise. Andererseits wird auch alles schlecht in diesem... Ich bin davon auch nicht gesünder geworden. Ähm. Ja, jetzt verfolgen sie mich auch. Oh, wir sind solche Noobs, ey. Komm, wir müssen Blumen pflücken gehen. Ja, wir müssen Blumen pflücken. Au! Scheiße! Hast du Hunger? Oh, Mann, nein! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Was ist denn? Oh, Gott! Ich werde angegriffen, während ich hier gucke, wo dieser verfickte Kühlschrank ist. Der was? Oh, nein, 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 nein. Scheiße! Mein Gehund ist jetzt auch da. Oh, mich verfolgt jetzt auch das Ding, was so groß ist und so lang. Warum genau haben wir die Kühlschränke kaputt gemacht? Ich habe einen kaputt gemacht. Damit wir den an der anderen... Warte, ich lege es hier hin. Mir ist nicht klar, wo ich einen neuen bauen kann. Oh, das ist ein lustiges Wesen. Oh, Gott, nein, das ist kein lustiges Wesen. Das ist eine... Hier steht ein Tisch mit einer Blume drauf. Oh, Gott! Oh, Gott! Kann diese Spinne aufhören, mich zu jagen? Ich hasse alles. Der Elch? Oh, shit, hinter mir ist dieses lange, schnelle Ding her. Ich weiß nicht, wie du das mit dieser Space-Taste machst. Ich weiß das wirklich nicht. Ich bin tot. Ich halte sie gedrückt und dann sammelt er alles ein. Oh, warum bist du... Oh, warum bist du... Wir haben doch bestimmt aber noch so ein Dingens zum Wiedererwecken, ne? Ja, ja, wir haben ganz viele. Oh, ja. Warte, ich nehme das schon mal. Dann kann ich es dir geben. Ich muss erst mal gucken. Oh, shit. Oh, shit. Shit. Oh! Okay, ich bin da. Nicht auf meiner Karte. Warum nicht? Ach, da. Da bist du. Ach, Gott. So, jetzt. Ich lebe wieder. Ja. Ich habe das ganz lieb gemacht. Ich meine... Ganz lieb. Ja, ganz lieb. Haben wir noch Zahnräder? Nee. Antworte darauf einfach nicht. Hast du schon geantwortet? Ja. Tut mir leid. Ich habe einfach gesagt, dass ihr nichts bauen könnt, weil ich verdammt noch mal gestorben bin hier oben. Ach so, da sind die Zahnräder dabei. Und hier alles liegen geblieben ist. Verstehe, verstehe. Und irgendwo liegt auch noch mal Feuerzeug, weil ich finde es einfach nicht. Oder habe ich es? Oh, ich habe ein Sandwich gemacht. Die sind gut. Ich liebe Sandwiches. Was vor allen Dingen jetzt am praktischsten ist, jetzt sind mir die ganzen Bäume im Weg und ich kann die nicht fällen, weil der Baumhörter hier herumsteht. Ich weiß nicht. Letztens habe ich direkt vor den Baumhörtern alles wieder gemäht und das fand er überhaupt nicht schlimm. Oh, was habe ich denn da Krasses gemacht? Was ist es? Was ist es? Ist es ein Harvest Cropot? Es ist ein Harvest Cropot. Oh, wie krass. Süßigkeiten. Ich habe Süßigkeiten gemacht. Taffy. Es ist niedlich. Kaffy. Guck mal hier, was ich dir hier hinlege, Marcel. Schau. Das bringt mir gar nichts. Es hat nichts gemacht. Schau. Ich habe dir hier Sachen hingelegt für den Kühlschrank. Oh, wie krass bist du eigentlich? Was brauchst du noch? Ich brauche zwei von den Zahnrädern. Shit. Es war nur noch das da. Mist. Brauchst du nicht eins für einen Kühlschrank? Nein. Ich will hier keinen Kühlschrank bauen. Ich will dieses Teil bauen, das... Oh, warte. Aber wir haben doch nur noch einen Kühlschrank. Ja. Wir brauchen noch einen zweiten Kühlschrank. Ich weiß nicht. Bitte. Na doch. Bitte, bitte. Wir brauchen den zweiten Kühlschrank. Genau. Ich suche jetzt einfach die nächsten Tage diese Zahnräder. Ich mache aus den Rest nicht. Oh Gott, jetzt ist es heiß. Oh Gott, es sieht so heiß aus. Und wir haben keine Melone mehr. Wo ist denn die andere Melone hin? Im unteren. Aber die... Habe ich doch gesagt, die verfällt. Nein. Nein, es ist keine Melone mehr da. Ja, aber das habe ich ja gesagt. Die wird nicht dadurch schlecht, dass man sie trägt, sondern durch die Zeit einfach. Ja, aber sie ist weg. Ja, das habe ich doch gesagt. Die verfällt mit der Zeit. Aber nicht der Melonenhut, sondern die Melone. Wir hatten noch eine Melone. Ach, warte mal. Ich kann Steine machen. Hat jemand eine Melone gekocht? Scheiße. Nein, ich habe keine gekocht. Oh, wir brauchen jetzt so ein krasses... Ja, warum haben wir kein... Warum haben wir nicht dieses endothelmanische Feuer oder wie das auch mal heißt? Ja, ja, ja. Warte mal, hier habe ich Nitrit. Ich baue eins. Ich habe eins hier. Okay. Hier ist auch noch Nitrit. Ich lege es mal hin. Oh Gott, das sieht so heiß aus. Das ist mega hot. Wieso kann ich es denn jetzt nicht bauen? Ich brauche noch Stroh. Ich brauche mehr Nitrit. Ich verstehe nicht. Ah doch, hier haben wir eins. Ach, okay. Habt ihr noch Stingsstroh? Oh nein, die Wölfe. Oh Gott, genau das brauche ich jetzt. Genau das habe ich mir gewünscht. Oh Gott, es ist so heiß. Es ist so heiß. Wir müssen los. Ja, ja, okay, wir gehen. Wir müssen einen Schatten in den Bäumen suchen. Ja, die Bäume bieten Schatten. Das ist ja beschönigend. Aber nur manche. Wie erkennt man das nochmal? Habt ihr eine Fackel? Alle eigentlich. Hattest du nicht letztes Mal gesagt, irgendein Baum macht das nicht? Ich kann leider keine machen. Ich habe das Stroh weggelegt. Ich bin so bescheuert. Ich habe eine Fackel und ein Feuerzeug. Oh, hier ist noch Eis. Quatsch, hier ist noch Eis. Eis, Eis, Eis ist hier noch. Oh, fuck. Ja, okay, dann latschen wir jetzt erstmal kurz hin. Ich weiß nicht, wo müssen wir hin? Ich weiß auch nicht, hier lang? Ja, die liegt lang. Immer nach rechts. Oh, fuck. Ich frage, während wir von Wolfen gejagt werden, wird mein Hirn besser. Warum? Was bist du für eine... Abgestürzt. Ups. Ja, das ist ja lustig hier gerade mit dem Wolf. Ist es bei euch auch disconnected? Ja. Da sind sie. Die Wölfe? Ja, hast du doch. Oh, fuck. Das ist doch zum... So, okay, das ist jetzt der Tag. Wenn ihr jetzt wieder abstürzt, dann werfe ich Schmetterlinge ab und irgendwas. Alles cool. Start, start, start. Ich habe ja eigentlich gelernt, dass es gar nicht so verkehrt ist, die Spinnen da irgendwie mit einzubeziehen. So, jetzt sind wir hier auch... Alter sind das viele. Ja. Was haben die sich bitte vermehrt? Das ist sehr schön, ich bin dafür. Ich sage mal so, es ist alles schlimm, aber man kann ja immer noch Scheiße sammeln. Ja. Das ist allerdings... Boah, es sind aber auch... Wenn, werden das Meerwölfe, sag mal. Ja, auf jeden Fall. Aber es werden noch mehr Wölfe los. Ja. Biefel los. Oh Gott, die brennen. Jetzt brennt alles da. Ich weiß nicht genau, warum, aber alles brennt. Soll ich auch? Nein. Die Biefel los und die... Alles brennt. Ich habe so eine Vermutung, wie es für uns zu Hause aussieht. Oh nein. Wir haben es nicht geschafft. Okay, lass mal in den Wald gehen. Okay, ich glaube... Hinter mir sind immer noch die Wölfe her. Oh, gehen die Biefel los. Oh Gott, ich habe so eine... Hast du eine Fackel? Meine Fackel wurde mir abgezogen. Oh, es regnet. Wie schön. Naja. Oh, nein, dann brennt es nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen... Wo sind wir? Nein, was ich eigentlich sagen wollte ist, der Sommer ist schlimmer als der Winter. Ja, finde ich allerdings auch. Mag aber auch daran liegen, dass sie noch nie Sommer gespielt haben. Machst du Feuer? Kannst du Feuer machen? Feuer? Guck mal hier, da kann man sich darunter stellen. Oh, cool. Oh, das ist mega. Oh, man kann sleepen. Ich sleep jetzt da mal. Gibst du mir einen? Gibst du? Night is for sleeping. Philipp, bist du noch da? Ja. Ach, man kann am Tag eine Siesta machen, dann den Teil. Einen Tweet, bitte. Mach doch jetzt mal diese Eismaschine. Ich habe dir schon eben gesagt, was du machen sollst, was du willst. Ja, aber ich brauche doch noch ein Zahnrad. Achso. Ja, dann mach doch den Kischling kaputt. Du hast gesagt, ich darf nicht. Wir haben alle gesagt, du darfst nicht. Aber meinetwegen mach es jetzt halt. A new life with new risks. Vielleicht brauche ich jetzt noch ein bisschen hier, ein bisschen sowas. Oh Gott, war das warm. Es ist immer noch warm. Wieso ist es immer noch so wahnsinnig warm? Es wird gar nicht kalt. Es kann ja nicht sein, dass... Oh Gott. Was für ein Blödsinn. Ah, ah, fuck, 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 fuck. Oh Gott. Hast du Holz? Ich habe noch mehr als genug Holz. Eierchen. Oh.